Okay, was haben wir gerade von den kleinen Jungs bekommen? Ähm, oh, da geht der... Alter, da geht die SPS aber wieder richtig runter. Nein, nehmen wir nicht. Nein, das nehmen wir nicht. Ähm... Okay. Na! Wir könnten... Wir könnten... Alter, Mindestempfehlung 14. Wir sind 9. Hell's Kitchen, unerforscht. 3 bis 5. Stimmt nicht. Alter, wir sind so... Ich bin so scheiße gelevelt, Alter. Boah! Boah, bin ich scheiße gelevelt. Straßensperre, Abholbereich. Ganz ehrlich. Safehouse. Äh... Wäre logischer, wenn wir... Wir sind da. Wenn wir den Kampf mitnehmen, alles abladen, über den Safehouse... Ja. Das hört sich gut an. Das hört sich... Da ist auch noch ein Kampf. Dann können wir den zuerst mitnehmen. Wir nehmen erst mal allen Kampf mit. Die Geiselretter. Save the hostage. Okay. Da ist noch jemand Telefon. Wing-ding-ding-ding-ding. Server-Telefon-Auskunft, wie können wir helfen? Oh Gott sei Dank. Ich habe es im Krankenhaus versucht, aber... Ich brauche Hilfe. Okay, Ma'am. Wenn es ein medizinischer Notfall ist, rufen Sie bitte 9-1-1. Ist es ein Notfall? Ich... Nennen Sie bitte Namen und Adresse. Ich bin ganz allein. Ich will nicht... Ich will nicht allein sein. Vollverstörend. Auf die Autos zu knacken, Mann. Hey! Ich mache Ihnen bestimmt keinen Ärger. Äh, ja, ja. Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Kein Problem. Gerne. Danke. Tschüss. Der Scherfte schickt uns an der Botschaft. Bundi! Das ist hier auf die K-Straße. Kacken, Mann! Ihr Kleinen möchtet gern... ...Gingster-Mongos? Locker! Ganz locker bleiben! Locker! Ja, sag ich doch! Locker bleiben! Hey, atmen mal durch die Hose, Junge! Locker bleiben! Keinig Sachen. Ja, benutzt ja eh keiner mehr. John, hier ist Vic. Depp hat gerade von der Nachtschicht angerufen. Hm, okay. Die Insassen sehen krank aus. Einer der Werke muss es eingeschleppt haben und das Vieh zu Hause ist, käme die Versorgungssphäre nicht. Also, bleibt zu Hause. Wir sind doch eh schon unterbesetzt. Das wird hart. Ja, aber Sie zahlen mir nicht genug, damit ich auf Rikas Island mit 20.000 Knackis mit Ebola oder so nem Scheiß fest sitze. Hier heute nicht zur Arbeit, John. Das ist es nicht wert. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Das nenne ich Geiselrettung. Kommen Sie durch schon die Kärse, da der Rechse, die Hände kommen! Das ist unser Viertel! Hättest du wohl gern dein Viertel, Mann! Achso, der ist schon tot. Alter, hast du grad mein... Ich muss nachladen. Das hast du jetzt davon. Alter, dein Ernst? Du stehst hier drin und machst nix? Was? Was ist denn, Alter? 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 Okay, können wir nicht gebrauchen? Ist hier noch was drin? Dadadadada! Lebensmittelkonserve! Bam, bam, bam! Verjummel, der Licht! Okay. Zivilisten sind jetzt sicher! Los, Leute! Raus! Kein Problem! Und du auch! Raus! Was? Mir fehlen die Worte! Mir auch manchmal! Oh, Panzer! Können wir den gebrauchen? Falscher Knopf! Panzer können wir... Oh, das gibt aber hier wieder Schusswaffe... Aber hier gibt es wieder... Aber richtig, ey! Na, komm! Modifications? Ja. Äh, sonst haben wir nix? Hm? Okay, alles gut! Der verschwindet wieder einfach. Ich muss sagen, kein Problem. Was soll's! So, und jetzt... Über... Wo würde ich jetzt hin? Wolle ich jetzt... Hier hin und dann da hin? Und dann da hin und dann... DITITITITAKDOWN! Ja, komm, machen wir einfach. Wir holen noch eben die nächsten Geiseln. Immer so viele Geiseln, ey. Ich dachte, die ganze Stadt ist ausgestorben. Wie kann man einen Geisel nehmen? Hört ihr mal auf zu schießen. Und eure Mama wäre nicht stolz. Du gehörst hier nicht her, Mann. Schießt einfach mal so in die Luft rum. Das ist kein Spiel, Mann. Das ist knallharte... Neuer Kampf. Geradeaus neuer Kampf. Gott, wir finden neuer Kampf. Das ist es. BITCH! Ja, verpisst euch mal. Ganz flott. Sonst wird der Papa noch böse. Sonst wird der Papa noch böse. Ey. Huh. Lauf. Mach's gut. Mach's gut, kein Problem. Ich bin gechillt. Ich bin gechillt. Also, bei der Waffenrettungsgeisel-Mission kriegen wir sehr wenig Punkte. That's it. Hört auf meine Worte. Filter zur Rettung. Machen wir schon, kehren wir schon. Danke. Tut mir gut, sie zu sehen. Ja. Ja. Werkzeug. Ein Werkzeug, zwei Werkzeug. Sehr schön, danke. Werkzeug gefunden. Wir haben Werkzeug gefunden. Jetzt können wir, jetzt, wir können uns schulen. Wir schulen um zum Klempner. Hört zu. Nehmen wir's an. Hallo. Kommt ihr hierher? Sind sie noch mehr? Nein? Dann müssen wir wohl die Geisel retten. Take it. Take it, take it. Kommt schon. Warnung! Feindpräsenz ausgeschaltet. Oh Gott! Der Reste. Lauf nicht weg, Mäuschen! Lauf nicht weg, Mäuschen! Duba, Schubi. Ja, Mann! Da ist der Schlüssel. Geiselschlüssel. Nicht Schlüssel. Geiselschlüssel. Okay. Noch eine Chance. Ne, die Kinder haben wir voll. Wir haben hier noch. Hier ist irgendwo ein Schlüssel für die Tür. Bitte. Was machst du? Du chillst hier rum, oder was? Zivilisten sind sicher. Gern geschehen. Und? Mach deinen Move. Ja. Hey! Wieso soll ich dich umbringen? Ich könnte mich revanchieren. Ach, geh einfach. Christian, du stehst in wem? Hier ist gar nichts. Nichts! Nicht mal irgendwie... Ach, sei leise. Hier ist nichts drin. Gar nichts. Eben zur Operationsbasis. Alles, was wir gesammelt haben, können wir nun wieder abgeben. Aktives Echosignal geortet. Okay. Aktives Echosignal. Alter, ich kann hier 18 Milliarden Stunden durch die Gegend rennen. Und irgendwie kommt immer wieder irgendwas, weil ich noch nicht gefunden habe. Aber wir müssen erstmal leveln. Wir müssen groß und stark werden. Wir müssen... Die Daxe. Es nützt nichts. Wir müssen in die Daxe. Ist da draußen los? Freu mich auch. Was ist hier draußen los? Wer sagt das? Wird ich aufs Maul, Jungen? Wird ich da aufs Maul? Na, was schloss mit der... Ah, hier kann man wieder Wechsel abgreifen. Nein? Nein, haben wir schon. Okay. Will ich damit mehr Droge nehmen? Das ist doch... Hüe! Hüe! Du bist gut. Okay, ich mach nur. Medizinflügel. 200 Vorräte haben wir. Sehr geil. Ausbau. Ausbau. Dr. Kendall-Mäuschen, auch wenn wir bei der keine Chance mehr haben. Ich helfe trotzdem weiter. Hören Sie, das ist kein guter Zeitpunkt. Langsam bekomme ich meinen Glauben an die Menschheit zurück. Laptop benutzen. Bip, bip, bip. Okay, wir haben 200 und können eine Apotheke oder eine Beratungsstelle zu öffnen. Oh Gott, es tut so weh. Ich habe mich ernsthaft verletzt. Hey, wenigstens sind wir hier in Sicherheit. Ich bin die Apotheke. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine... Klasse, eine Apotheke. Jetzt können wir unsere Arzneimittel sicher lagern und überwachen. Das sag ich dir. Geile Apotheke, richtig schön. Hier guckt ihr da aufgeräumt. Hier steht alles an seinem Platz. Nichts krumm schief. Okay. Wie ich höre, kaufen Sie gerne bei Engelsheim. Ja, wie ich höre, bin ich hier schon wieder falsch. Da auch. Beim Doktor. Das Gebäude ist zu groß. Lassen wir hier raus. Einmal alles auffüllen. Merci. Ich passe auf mich auf. Lau, du brauchst keine Angst haben. Lau. Ich bin für dich da. Und ich suche auch noch deine anderen Geschwister. Aber vorerst... Muss ich jetzt Safehouse. Das kurz entsperren. Und dann muss ich, glaube ich, erstmal... In die dunkle Zone. Ein bisschen aufräumen. Ein bisschen... Erfahrungen sammeln. Ein bisschen... Mir die Hörner abstoßen. Das Schwein rauslassen. Nochmal auf die Wiese gehen. Bist du doch behindert? Ja, ich bin behindert. Problem? Alles hier krumm laufen. Ihr seid alle gut? Das habe ich gehört. Wer wartet auf den richtigen Augenblick? Hä? Wer wartet auf den richtigen Augenblick? Ich überwache. Ich bin... Ich bin wie der Dark Knight. Der Stadt. Ja? Ihr müsst aufpassen. Ihr müsst aufpassen. Ganz vorsichtig sein. Oh Gott. Rauben Sie mich jetzt aus? Okay, Safehouse. Darunter? Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Wieder halbtot. Laut Aufzeichnungen ist hier... The Coven. Beitreten. Hallo Freunde! Also, viel zu früh. Freunde! Was schluss mit euch? Yo, Don. Alles cool? Die Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her! Yo! Wir müssen reden. Denn ich glaube, ich drehe hier bald durch. Der ganze Scheiß, den ich hörte. Aha, aha, okay. Ja, da. Hm. Ja! Oh, hör mich aus von der Forsten. Logische Terrorismus muss Apokalypse gerade wirklich als echtes Leben bezeichnen. So, Freunde. Alles cool bei euch? Die Chirps noch ein bisschen rum. Weiß mit euch? Los. Was? Was ist hier noch so? Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Hier ist gar nichts. Da können wir hier lang. Ja, guck mich mal hoch. Ja, guck mich mal hoch.